Hi, willkommen zurück bei DGV. Willkommen zu einer weiteren Folge von Gears Tactics. Wo wir letztes stehen geblieben sind, das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall da, wo wir Nebenmissionen machen müssen. Wir haben jetzt zur Auswahl zwei Stück. Und ich entscheide mich erst einmal für dir. Sei bei der Verwaltung deines Teams sorgsam. Jeder Gear kann pro Kapitel immer nur eine Nebenmission im Angriff nehmen. Wenn die Kampagnemission verfügbar wird, wird dieser auch dein ganzes Team. Okay. Äh, ja. Let's go. Ob ich andere Nebenmissionen mache, das weiß ich noch gar nicht. Okay. Mach mal. Da reiche das Tor. Oh. Oh. Was gibt's? Alles im Griff. Okay. Augen aufs Ziel. Alle waren aufgepasst. Direkt reingelaufen. Hab euch. Gantt hat mich erwischt. Na los. Zeigt es ihnen. Interessant. Aha. Alles im Griff. Kann man sich erst mal auf Verteidigung gehen. Bereit. Nee. Als ob der das überlebt hätte. Als ob der das überlebt hätte. Oh. Nade erledigt. Schussfeld festgelegt. Lass mal die ersten kommen. Versuchen wir Glück. Wir lernen's nie. Der nächste bitte. Als Baby. Keine Munition mehr. Versuch den Scheiß plus noch mal. Jetzt versau ich euch den Tag. Scheiße. Es hat mich gekratzt. Es hat mich gekratzt. Ein Stück Scheiße. Auf mich kann man sich verlassen. Wie oft die, wie weit die gehen können und dort wo angreifen können. Lasst uns in ein paar Ärsche treten. Dünnen wir sie aus. Reit für mehr. Da rein. Bedrohung neutralisiert. Marde erledigt. Ist da nicht ne Kiste irgendwo. Da ist einer. Röcher auf. Was gibt's? Da geht's mit dir. Du bist Geschichte. Vorwärts. Wir suchen dir Glück. Beziehe mir. Machen wir ernst. Okay. Ja? Okay, hau mal weiter vor. Dann bist du bestimmt auch irgendwo in die Kiste, wa? Ah, oder auch nicht. Moment, ist nur die eine da oben, okay? Bin gleich da. Geht klar. Bereit. So, und du holst die Kiste. Warte auf Befehle. Kleine Entschädigung. Hier ist nix. Jetzt muss natürlich nochmal in Deckung gehen. Schussfeld festgelegt. Feuchtaktivität. Sogar überlebt man. Mach dir ernst. Den hätte ich gern zurück. Schaltet sie weiter aus. Schlagfeld gesäubert. Aber das bezweifelt, dass es das schon war. Öffne das Tor. Bleibe in Alarmbereitschaft. Da hin. Los geht's! Bringen wir es hinter uns. Eliminiere alle Gegner. Ich darf im Nachland nur noch zweimal benutzen. Geht klar. Ah. Wir müssen ein bisschen defensiver spielen jetzt hier. Gehen dran. Was gibt's? Ah. Hör mal, gibt's auch eine Kiste. Hä? Okay, dann nicht. Warte auf Befehle. Verstanden. Ich kann sie nicht um die Ecke gucken. Das ist ja doof. Achso. Da kommen sie. Oh, das ist auch noch eine Kiste da oben. Oh. Das ist ja auch noch eine Kiste da oben. Ich kann die Ecke warten. halt die augen offen so aber ich glaube ich werde ich sowieso jetzt alle beseitigen und zwar mit einer granate finde ich ja ja mal hier so hin geht klar du holst mir die kiste lieferung gesichert die lernst nie ich halte die augen offen verstanden ich frage gehen die da lang oder gehen die oben lang gute frage ja machen wir mal so die kiste war da gehst du mal da hin oder ist hier noch was dann machen wir doch mal so ich bin bereit und du gehst mal wobei du wirst die na komm machen wir so gebe uns deckung ich bin bereit für die konfrontation noch einmal nachladen mal 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 und Natürlich muss der einmal daneben schießen. In Bewegung. Ja. Oh. Geh mal da hin. Bin dran. Warte auf Befehle. Du, weil du schon hier oben bist. Geh mal da hin. Du hast auch ne Nate. Ah, schade. Brücke vor auf Position. Geh mal da hin. Ah, schade. Dann musst du doch einfach mal in die Richtung abchecken. Augen aufs Ziel. Okay, sie sind dran. Was sind noch die zwei? Erledigen wir das. Bin unterwegs. Frech. Munition geht zur Neige. Kaum noch Munition. Und? Oh. Na dann? Letzte Worte? Sprich mit mir. Nur noch einer. Breche auf. Na, vielleicht schaffe ich das sogar. Ohne noch einmal nachzuladen. Ich halte sie auf. Gehört uns. Ist hier oben noch was? Ne. Da hätte ja sein können, dass hier noch irgendwo eine Kiste versteckt ist. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Dann. Dann. Dann guckst du nochmal hier runter. Schussfeld festgelegt. Ohne noch mal. Das ist auch noch einmal. Machst du noch einen Punkt. Halte Ausschau. Haken im Anbau. Keine Munition. Befehle. Betrifft sie leider nicht. aber von hier vielleicht eine made weniger Erfolg! Na, vier blaue Kisten kriegt! Kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Ah ja, Erfahrungsgute gibt es da jetzt auch noch. Oh, okay. Ja, die meisten Kills. Tyrone natürlich wieder. Er ist aber auch ein Tier. So, aber ich sage mal, mach mal die Kisten auf. Okay. Kann man nehmen. Warum mal? Okay. Wollen wir doch mal ausrüsten, die Jungs, ja? Das ist auf jeden Fall schlechter. Ah, ist halt schade, man sieht halt nicht wem was gehört. Was echt schade ist. Was ist das? Hier hat er noch Levelpunkte. Scheiße. Wollte ich bei ihr gehen. Blunderer. Schlechter. Kommando. Aufklärer. Gehen wir mal. Halt. Äh, ich will lesen. Und das. Ja. Was hast du hier schönes? Kann man machen. Mit dir jetzt erstmal alles soweit fertig. Was soll denn die nächste Mission? Jetzt müsst ihr eigentlich auf die Hauptmission weitergehen, oder? Achso, man muss sich aussuchen. Oh, hier gibt's eine goldene Belohnung. Ins Feuer. Akt 1 Kapitel 6. Aber, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Würde ich mal sagen. Hier sind wir jetzt erstmal mit der Folge am Ende angelangt. Und das heißt, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei DGV. Wenn's heißt Gears Tactics. Bis dahin. Haut rein. Euer Doomste. Bis zum nächsten Mal.